Was mich jetzt im Nachhinein ganz besonders freut, ist eigentlich das Echo von den Teilnehmern, weil wirklich jeder total begeistert war. Der Kongress selber ist eine einzigartige Möglichkeit, eine spezifische Krankheitsgruppe kennenzulernen und die wissenschaftlichen Daten auszutauschen. Es ist einfach ein Austausch auf Augenhöhe, der hier stattfindet und das ist einfach etwas ganz Einzigartiges und Besonderes und der versteht dieser Kongress. Es ist unterschiedlich von allen anderen Wissenschaftlern, die wir beendet haben. Es gibt uns ein Gefühl von Inspiration zu treffen, die Familien zu treffen. Es ist sehr, sehr speziell für mich, weil es eine mixture von Patienten zu schauen, nach dem Patienten, die Wissenschaftler, die Biologie, die diese Deseesee und Familien mit Kindern oder young adults mit MPS Deseesee selbst. Für mich, als ein Wissenschaftler, mostly in der lab, die Möglichkeit, mit Familien ist sehr speziell. Eine, in particular, we had been working on this therapy in the lab and here for the first time I was able to meet a little girl who had received that, that treatment that we had worked on and you can't, you can't replicate that. Und jetzt geht's mal, wie lightest Du? Wenn Sie zu Vertrauen haben! Nein! Hey! 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 Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Musik I think the most important thing is to work together. That's the only way we can take care of that and progress. I think the most important thing is to be aware that you are not alone and that you really help, but also understanding and empathy for others and for others have. Music And of course the personal exchange, also the patients, the families, the community and these spirits, are just wonderful and very special. Music You already punched your ticket The rear view's cracking The seats are torn The paint jobs are lacking The congress should be able to avoid this disease group, not only for the audience here, but also outside on the street. And I think with the march yesterday evening through the city, we were able to show that very impressive. I think it's important to see patients, parents, parents, scientists and scientists, and and to exchange them. Because the one perspective alone just doesn't work out, to make an overview. And I think that that here auf Augenhöhe miteinander diskutiert wird, zwischen Patienten und Ärzten, das ist das Besondere. So eine Menge von verschiedensten Patienten und Patientinnen gibt es eigentlich an keinem anderen Ort. So eine Menge von verschiedensten Patienten. If it ain't broke, don't fix it. Throw it down straight, don't mix it. You already punched your ticket.